Er sagte, ich war eben der Mitreitende mit dem Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, auf einem Esel. Dann sagte er zu mir, Weißt du, was das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist? Und was das Recht der Diener gegenüber Allah ist? Er sagte, Ich sagte, Allah und sein Gesandter wissen besser Bescheid. Er sagte, Das Recht Allahs gegenüber den Dienern, den Sklaven, also den Menschen und den Jinn gemeint, ist, dass sie ihm alleine dienen und ihm nichts beigesellen. Keinen Schirk begehen. Keinen Politeismus, keine Vielgötterei, keinen Götzendienst. Und er sagte, Und das Recht der Diener ist, in Bezug auf Allah, dass er niemanden bestraft, der keinen Schirk begeht. Dass er niemanden bestraft, der keinen Schirk begeht. Dann sagte Mu'adzi bin Jalal, Er sagte, Oh Gesandter Allahs, soll ich den Menschen nicht diese Frohe Botschaft verkünden? Und er sagte, Nein, verkünde es ihnen nicht, denn dann verlassen sie sich darauf. Und der Hadith ist bei Al-Bukhari und bei Muslim.